Für schöne Desserts braucht ihr definitiv Platz im Froster, wenn ihr ein Eis vorbereiten wollt, wenn ihr schöne Törtchen einsetzen wollt. Also guckt am besten, dass ihr eine Schublade aus eurem Froster rauszieht und die Ablage komplett frei habt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com